ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft also mods 8 ich muss jetzt mal überlegen so blödsinn okay das funktioniert hier mit der technik hinten noch nicht die müssen wir einmal nach da sitzen und nach da damit wir da auch einen anschluss kriegen aber erstmal machen wir noch ein paar konnektoren hier an alle ich hoffe das reicht auch den hier müssen wir einmal umbenennen den wir jetzt aber wie damit wir die auch auseinanderhalten können bei dem müssen wir nachher mich anschließen den schließen wir nachher hier hinten an das kriegt man ja ohne probleme hin okay wir müssen hier erstmal gucken was können wir hier denn mal ran machen was brauchen wir denn unbedingt haben wir das olle buch mit dabei ja da können wir ja gucken wo haben wir sie denn hier haben sie wir wollen stone seeds okay nein ich wollte hier reingucken dafür brauchen wir einmal inferium und zinc wo haben wir denn die osmium stone so wir wollen einmal die stone seeds haben und die hier das ist supi supi dupi und dann brauchen wir neue konnektoren damit wir das auch alles anschließen können und wir brauchen neue fassaden da muss ich dann noch mal gucken wie wir das dann noch mal mal kriegen wir brauchen neue konnektoren dafür brauchen wir erstmal kisten 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 wir brauchen noch fassaden 64 stück wir machen mal lieber ein paar mehr dann müssen wir das mal kurz ausprobieren wie das dann noch mal war blocken möglich und was ein block ist so cover exe kappel das ist relativ einfach gut lassen wir mal kurz so machen wir hier noch erstmal ein paar fackeln hin da kann man dann gar keine fackeln aufsetzen dann müssen wir das anders machen das geht ja wohl mal gar nicht da sollte das wohl einigermaßen beleuchtet sein so hier hinten in der ecke da möchte ich eigentlich ganz gerne noch ein konnektor hin haben weil hier hinten möchte ich auf jeden fall zinken haben so das machen wir nachher alles noch hübsch wasser äh konnektoren so ja ich hoffe dass es reicht ich bete ich hoffe dass es reicht aua rücken äh hier hinten müssen wir auch noch zu machen wo muss er aufklicken äh warum äh warum machst du das denn äh warum kann ich den äh 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 dann äh warum kann ich den äh das kann ich gerade eben auch äh Was ist denn das hier schon wieder? Okay. Musst du vielleicht einmal das Spiel neu starten. Hä? Hä? Okay, verstehe ich gerade nicht. Gut, ja. Vielleicht auch auf Weiß draufsetzen, sodass wir da einen schönen Sockel haben. Ja, hier geht das wieder. Okay, merkwürdig. Finde ich jetzt nicht schlecht. Okay, dann können wir ja sagen. Was können wir denn sagen? Wo machen wir denn den Controller hin? Da oben wäre vielleicht auch doof. Man könnte ihn noch mal nicht hier hinmachen, aber eigentlich wollten wir ja hier alles hinmachen. Das heißt, der muss ja sowieso an den ganzen Connected werden, dass da alles reinkommt und da muss auch alles wieder raus, um dann eben halt da alles reinzumachen. Das wird prima Arbeit. Das wird sehr friemlich. Ich hoffe, ich habe das noch alles richtig in Erinnerung. Also wir könnten jetzt den Connector hier ran machen und sagen, hier pass auf, wir machen das Ding aber hier ran. Und dann müssen wir das da oben noch einmal umsetzen. Oder 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 Wir machen das Ding sogar weg. Okay, komme ich jetzt gerade noch nicht dran. Und wir machen das Ding hier ran. Ein Connector Und Kabel. Wo haben wir denn Kabel? Kabel. Ja, das gefällt mir so. Das war jetzt nicht das Hübscheste, aber geht so. Würde ich sagen. So, wir haben... Das ist jetzt blöd. Weil die müssen wir erstmal umbenennen. Da hinten strom. So. Zack. Warum das da hinten auch immer nicht gegen? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Wir brauchen erstmal strom. Äh, der stromgenerator. Wir wollen gerne Nummer 1 haben. Eins ist strom. Das heißt, da muss also... auch Puck gemacht werden. Wir müssen erstmal wieder da... Ach. Wir haben hier... Ach, ne, warte mal. Wie ging das denn nochmal? Ah, ja, genau. Man muss ja sagen, okay, das ist auf jeden Fall rein und wieder raus. Dann müssten wir eine Reihe machen. Ich hoffe doch, wir kriegen das hier alles so hin. Wasser. Auf jeden Fall muss das hier raus sein. Und das hier muss dann... Das muss raus sein, das muss raus und das muss rein sein. Und das muss rein sein. Und das muss rein sein. Und das muss ich sagen. Ja... Ja... Wie, ist ja egal. Hauptsache, wir kriegen hier raus und rein. Kann man nicht. Aber klappt anscheinend ja nun nicht. Also stimmt da noch irgendwas nicht. Oder muss das da insert sein und da... Oder muss das da insert sein und da... Was ist das, wenn wir das einfach umdrehen? Was ist das, wenn wir das einfach umdrehen? Das ist das, wenn wir das einfach umdrehen. Wann das nochmal? Nö! Ha! Copy Channel. Ja, das wollen wir gerade nicht. Wir wollen ja eigentlich gerade nur, dass Strom dadurch fließt. Nein, das wollen wir gerade nicht. An der Lable Color. Warte, warte. Wo ist mir auch relativ Latte? Hauptsache wir kriegen Strom erstmal hier rein. Das ist denn für Wasser. Wasser. Achso, die kann man gar nicht. Ah, warte mal, was ist denn, wenn wir das hier alles... Ne, wollen wir jetzt gerade nicht. Warte mal. Energie. Ah, okay. Okay, ich bin doof. Und Insert. Andersrum. Warum macht er das nicht? Warum macht er das denn nicht? Warte mal, wir löschen das nochmal kurz. Gucken nochmal in kurz. Logistics. Storage. Item Fluid. Energie. Energie. Schienkitz. Xnet Energie. Ja. Dann müssen wir das dann nehmen. Und hier Insert. Out. Also warum macht er das nicht? Warum machst du das wieder nicht? Das kotzt mich gerade an. Mann. Warte. 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 Warte mal. Warte mal. Ich bin jetzt mal in kurz auf. aus. Okay, das ist was ganz anderes. Das wollen wir gar nicht haben. Logistik. Logik. Item. Fluid. Chemical. Energie. Ist ja nur das eine. Da kann man ja nichts falsch dran machen eigentlich. Ähm. Das ist dann denke ich halt glaube ich egal. Der muss ignoriert werden. Das ist auch richtig. Und hier muss das rein. Und die brauchen ja auch noch Energie. Also die muss ich auch noch anschießen. Also da müssen wir wahrscheinlich denn. Das ist weh. Okay. Aber warum geht das denn nicht? Oder muss er von hinten? Orian. Mmh. Mhm. Hmm. Mhm. Ja, da ist es denke ich. Egal, aber warum kann ich den denn nicht? Aber die brauchen Strom, also... Warum geht das denn nicht? Vielleicht probieren wir das erst mal kurz mit dem Wasser. Storage, Logistik, Fluide, also wir möchten hier, möchten wir auf jeden Fall Export haben. Hier müssten wir gerne Input haben, und dann müsste der ja eigentlich das dahin ziehen. Wenn wir Strom hätten. Stimmt. Ach, ich weiß, ja, ich weiß, warum es so ist, weil der muss erst einmal aufgeladen werden. Äh, wo haben wir denn unsere Energiezelle? Wo haben wir die denn? Ja, stimmt. Da war ja was. Haben wir irgendwo Energiezellen... Wir hatten doch irgendwo eine Energiezelle, oder? Wo war die denn nochmal? Oh Mann. Äh. Ihr seid überhaupt nicht nervige Blünen. Missteile. Da kann ich auch stundenlang drüber überlegen. Wenn das natürlich nicht aufgeht, ist das problematisch. Habe ich hier irgendwo eine Energiezelle? Nö. Habe ich die denn hingepackt? Wo ist denn meine Energiezelle? Wo ist sie denn bloß abgeblieben? Habe ich die noch irgendwo dran hängen? Weil wegen... Keine Ahnung. Äh. Moin. Moin Meister... Jo... 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 Jo ... Jo... Jo... Mann, 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 Mann. Nein, 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 nein. Du kommst jetzt mit. So. Ich bin nicht mehr rumgespielt. So. Zack, zack. Du kommst da jetzt wieder rauf. Ja, jetzt funktioniert es auch. Gott sei Dank nochmal. Herr Jesus. Jetzt mal wieder drauf kommen. Da war ja was. Alles klar, ihr Lieben. Das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.